Willkommen zurück bei Rayman Legends. Was? Das wusste ich nicht. Also manchmal frage ich mich schon, was ich mir dabei denke. Anscheinend nicht viel. Oh, wo ist mein Freund? Ach so, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Oh, shit, was macht er denn? Okay, okay, okay. Ja, also ganz ehrlich, ich dachte eigentlich, das wäre mehr so ein Kinderspiel. Also nicht, dass es vielleicht ein bisschen einfacher ist alles. Okay. Oh, nein! Oh, nein! Uh... Oh, wow. Du meinst, wenn ich zwischendrin einfach mal still bin. Okay, vielleicht ist das auch das einzige Positive bei deinem Let's Play. Ach ja. Nein. Hopp, 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 hopp. Sprung und weg und sprung. Und rüber und wieder zurück. Oh. Was? Was? Ah, shit. Hä? Was? Äh. Aber... Nein, das Spiel hat schon recht. Das habe ich nicht gut gemacht. Oh, Mann, ey. Okay. Ich check das einfach nicht, dass ich... Ja, man nennt beide Charaktere steuern muss. Ah. So ein Mist. Rüber und runter. Rüber und runter und rüber. So. Und rüber. Wieder zurück rüber und kitzelt. Jetzt ist er automatisch darüber gesprungen. Hä? Ja, das war ich jetzt aber nicht. Aber davor habe ich es ja eingesehen, weil da war es ja... War ich es ja wirklich. Nein! Rayman! Ah. Eh. Was? Cssa. Woh! 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 Was? Cssa. Lauf, 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 lauf. Das war dämlich. Das ist doch gar nicht knapp. Nein, das habe ich erst spät gesehen. Ach nee, das tut doch jetzt nicht gut. Ja, klar! Ah, okay. Wow! Nein! Ey, das ist euer Ernst, dass ich jetzt noch... Oh, wow! Ah! Einfach mal durchgerannt. Oh Gott, ey! Juhu, ein Glückslos! Ei, 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 ei! Das ist ja verrückt, also... Juhu! Äh, was ist das? Feuerodim? Feuerodim? Naja. Wisstoro? Wartos! . . Oh shit Das hatte ich jetzt gerade nicht gecheckt Das war's Das war einfach Oh shit Oh shit Oh fuck Nein Ich habe ihn doch Hammer erwischt Oh shit Wäre ich denn hinkommen sollen? Achso! Oh nein, ich kriege ihn nicht. Ah! Ja, da soll ich nicht direkt auf Konfrontation gehen. Wie oft muss ich ihn noch treffen? Ei, 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 ei. Huch. Huch. Ups. So, du Spinner. Ja, das war aber ungünstig, oder? Ja. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Wundervoll! Das ist jetzt albern. Der hat zumindest einen Sending ins Gebetschiff. Oh Mann. Okay. Kassarok. Oh Mann. Ja klar. Oh Mann. 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 Oh, glaube ich, dass du weltvolle Abtreiben befreit. Du hast diese fünf glücklose... glücklose, ja. Glückslose, wirklich verdient. Glückwunsch Gunnery LP. Wer heißt denn so? Du hast, äh, jetzt die zweite Generalitätsstufe erreicht. Okay. Herausforderung. Äh, nee, ich will die... Glückslose aufmachen. Lala, lala. Der Torontions. Ein Gemälde. Yay, ein Kuscheltier. Oh, ein Kleinling. Sehr cool. Ich wusste gar nicht, dass man die da auch gewinnen kann. Das war ein Kuscheltier. Das war ein Kuscheltier. Oh, ein Kuscheltier. Noch ein Kuscheltier. Der Torontions. Das war ein Kuscheltier. Okay. Das war ein Kuscheltier. Das war ein Kuscheltier. Das war ein Kuscheltier. Kleinlinge. Aber wir wollen ja nicht die Kleinlinge farmen. Wir wollen ja auch weiterkommen in das Spiel. Okay. Dann. Oh. Ach, das war ein Level, was wir freigestellt haben. Oh, wow. Living Dead Party. Wat? Okay. Ja, dann haben wir es für heute. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal hier bei Rayman Origins. Ciao.